ja meine lieben freunde so als musiker kommt man weit herum und man reist und reist viele kilometer und das auto ist quasi das zweite zu hause aber ich habe mir angewöhnt einmal pro woche wird das auto sauber gemacht und heute ist es wieder so weit ihr seid jetzt live dabei wie ich mein auto sei bei ja Non, 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 non.